Zu Love Machine ist zu sagen, dass ich es schon total wichtig empfinde, dass es zum einen solche Filme gibt, also so High-Concept-Filme, die aus Österreich, die sich auch nicht genieren dafür, auf dem Publikum zugeschnitten zu sein. Und wenn es dann noch so spritzig und so lustig ist, wie es beim Andreas Schmid ja generell der Fall ist, würde ich mal sagen, aber in diesem Film ist es ihm ganz besonders auch gelungen, vor allem in der Zusammenarbeit mit Thomas Stipsitz, dann bin ich da auch voll dafür zu haben und dann sind auch meine Lacher dem Film sicher. Ich schaue aus wie der Fifty Shades habe. Du, das ist ein Vorstandsvorsitzender, voll rich, voll hochs Viech. Was glaubst du, was du willst? Einen selbstbewussten, gestriegelten Business-Styler und keinen Arbeitslosenmusiker bekommen einen T-Shirt.